So, Christian ist gerade zugefahren von seiner ersten Erlebnis-Tour mit der Energica Xperia. Und Christian, dein Fazit? Herrlich, herrlich. Also was ich echt sagen kann, ich meine, ich fahre der GS normal. Und natürlich ist sie kleiner, viel wendiger. Ich habe gedacht, ich muss mich lange daran gewöhnen, dass ich nicht schaue. Also sofort, du bist sofort drin. Und du kannst dich viel mehr auf das Fahren konzentrieren. Und dann natürlich die Beschleunigung. Es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, war toll. War echt toll. Prima. Weißt ja, wenn du dann durch die Stadt, also durch die Ortschaften fährst, du bist leise. Das ist natürlich schon immer, du machst, ach du, Abgase. Allein das Gefühl ist schon echt krasse. Du meinst, Charison? Tipptopp, wirklich. Tipptopp. Wunderbar. Freut mich, dass du die Folge hättest. Ich danke dir. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, Christian.